Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und schau dir wieder für euch in Battle for Assault unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar ist das so die kleine Serie, wo ich euch zeige, wofür ich mein Gold bzw. auch teilweise mein Echtgeld verwende und auch verschwende und das letzte Mal hatten wir uns ja das letzte TCG Mount gekauft, aber es gibt nicht nur Mounts fürs Kartenspiel sondern es gibt auch Pets und Toys, die Pets habe ich zum Glück mittlerweile alle, aber, also zumindest die vom Kartenspiel, die von der BlizzCon da fehlt mir leider noch so ein teures hier auf das Murky am Schielen, aber diesmal haben wir uns Toys geholt und zwar bin ich ja der glückliche Besitzer von allen Ingame Toys, aber hier bei Promotion, wenn wir das mal anklicken sind es jetzt die Toys, die mir noch fehlen, die man nur über Promotion bekommt und Promotion sind fast alles Kartenspiel-Toys und da habe ich mir jetzt zwei geholt und zwar einmal das hier finstere Lagerfeuer und dann den Sakrophag und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die beiden mal an bzw. ich sage euch mal als erstes, was ich für gezahlt habe ich habe für das Feuer hier 45 Euro gezahlt und für den Sakrophag, schauen wir mal nochmal nach, waren es 39 Tacken und ich habe ja hier auch so eine schöne Tabelle, nicht das, sondern hier, wo wir mal das Ganze eintragen also heißt das, äh, Campfire haben wir uns jetzt geholt schauen wir mal, ob das diesmal klappt, dass ich das mit dem Löschen, dass ich das hinkrieg, Zeile löschen aha, Campfire haben wir und was haben wir gesagt, den Sakrophag, ich habe das jetzt hier im Englischen immer drin stehen weil man es auf den meisten Seiten besser über die englischen Namen findet ich sage es euch aber gerne deutsch, dass die Leute mit dem deutschen Klein auch mitkommen genau, also die beiden können wir rauslöschen und die uns unten schon mal eintragen ich glaube, äh, beim letzten Video hatte ich ein bisschen ausführlicher die Tabelle hier gezeigt also ich denke mal, das werden wir heute jetzt nicht wieder komplett machen das wird so ein bisschen den Namen, äh, den Namen, ja, den Rahmen wollte ich sagen, den Rahmen sprengen also, haben wir hier einmal für den Sakrophag 39 und für das, äh, Campfire haben wir einmal 45 das sind jetzt nicht so die großen Beträge, aber es summiert sich halt natürlich auch und, ja, äh, da geht es natürlich dann wieder ein bisschen weiter hoch jetzt sind es schon 700 Euro, die ich allein für Toys ausgegeben habe am meisten ist dieser Murloc Suit, ne, von dem BlizzCon 2007 der hat natürlich da ordentlich reingehauen okay, haben wir das einmal eingetragen jetzt würde ich sagen, dass wir die beiden lernen also einmal das Kämpfeuer und dann haben wir noch den Sakrophag und ich würde sagen, die gucken wir uns natürlich auch noch an was die tollen Dinger können und da schauen wir mal Feuer, hier haben wir es findest das Lagerfeuer, baut dann findest das Lagerfeuer auf okay, warte mal jetzt schauen wir mal, wie das aussieht achso, und die Willenstat, okay also es wird wahrscheinlich auch die Willenskraft erhöhen wie die ganzen anderen Feuer, hoffen wir mal okay, oder auch nicht also es sieht auf jeden Fall ein bisschen cooler aus als ein stinknormales Feuer und es sind so ein paar Schädel drin und, ja, was ist das? irgendwelche Spitzen, irgendwelche Knochen sind da noch drin sieht ganz cool aus ähm, natürlich ist es jetzt vom nützlichen Faktor nicht viel mehr als ein normales Lagerfeuer da brauchen wir nicht drüber reden ich schätze mal, damit müsste man auch kochen können mir geht es halt hauptsächlich ums Sammeln das wir halt alle haben genau, also einmal ein Lagerfeuer mit coolen Knochen drin ähm, wo haben wir es hier genau und ja, jetzt schauen wir noch den Sakrophag an das ist ja das zweite, was wir uns noch gekauft hatten da haben wir ihn also der Sakrophag klettert fünf Minuten lang in einen Sakrophag okay, achso, da können wir uns dann verstecken oder was schauen wir uns das auch mal an, was da passiert ah, okay, also wir sind quasi wirklich in diesem Sakrophag drin wahrscheinlich können wir uns nicht bewegen nein, wir können uns nicht bewegen der sieht aber ganz cool aus tatsächlich der müsste wahrscheinlich erst mit Kata dazu gekommen sein weil da kam ja hier dieses ganze Ägyptenthema mit Uldir äh, nicht Uldir, sondern Uldom dazu ich schätze mal grob, dass das da dann äh, mit dazu gekommen ist gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch allgemein wegen den Toys und zwar, was mir noch fehlt jetzt machen wir hier mal, äh, gesammelt aus und ihr seht, jetzt sind es hier noch sechs Stück, die angezeigt werden da gibt es so ein Anbindepfosten und andere Gedönse aber, ähm, wenn wir jetzt gucken, hier sind sechs Dinger und hier in meiner Liste sind es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es ist nämlich so, dass ein paar Geschichten hidden sind die werden leider nicht angezeigt, warum auch immer Blizzard macht es ja leider zum Beispiel alle Ingi-Toys sind auch hidden in der, in der Tollbox ähm, da ist es wenigstens, geht Blizzard wenigstens eine Linie und sagt, okay, alle Ingi-Toys, weil die nicht jeder kriegen kann nicht jeder ist Ingi, äh, sind hidden aber hier bei den TCG-Toys ist es irgendwie so, dass die meisten werden angezeigt ein paar sind wieder hidden ich hasse immer sowas, wenn das so inkonsequent ist und Blizzard ist bei vielen Sachen leider sehr inkonsequent vor allem, was so TCG-Sachen angeht ich will mit dem Black Market gar nicht anfangen da sind die Hälfte der TCG-Toys und auch Mounts sind im Black Market die andere Hälfte ist wieder nicht drin das macht überhaupt keinen Sinn, aber so macht das halt Blizzard, ja da machst du nichts genau, also es sind hier noch sechs insgesamt, ähm fehlen mir aber anscheinend noch ein paar mehr laut meiner Tabelle und wenn wir jetzt hier gucken ähm, das, man kann hier quasi auch auf Simple Armory gucken da gibt es auch hier bei Collection hinten Toys und wenn man sich dann Add-on holt und SA-Toys eingibt, dann kann man die auch checken äh, die kann nämlich das Add-on oder die Seite nicht auslesen ihr seht schon, jetzt lest er nämlich hier jede ID von dem Toy aus, die ich habe und zwar die, äh, die Seite kann es nicht auslesen weil es nicht mehr Armory ist, ne und deswegen kann man das hier sich bloß anzeigen lassen wenn man halt, äh, achso ich muss hier Save eingeben dass es die auch, ähm, rüber zieht und dann kann es es quasi aus diesen ganzen Item-IDs auslesen und zeigt mir halt an, was noch fehlt, ne und jetzt werden mir hier angezeigt, dass ich 605 von 614 habe zeigt es mir an gut, ich habe 615 von 621, ja gut also irgendwie ist das, ne alles, äh, okay das scheint dann schon auch nicht so hundertprozentig zu passen ist aber egal, wahrscheinlich filtert ihr hier welche raus die ich nicht benutzen kann von der Horden-Seite, kann ich mir jetzt vorstellen auf jeden Fall können wir hier jetzt nach unten scrollen und uns die noch angucken hier gibt es dann ein paar die quasi über TCG, also Promotion sind und, ähm, ja es gibt leider auch welche wo haben wir sie denn? kann auch diese Rakete noch hier irgendwo dabei sein ne, das, oder so ein Dingsfeuer ich finde es jetzt hier gerade nicht ah, hier, genau das lila Feuerwerk und das ist leider nicht mehr so leicht erhältlich das wird hier auch angezeigt da habe ich jetzt auch mal ein bisschen geguckt das ist ein, ähm, ja ein Toy, das man damals bekommen hat über, ähm, ja Event würde ich jetzt nicht sagen aber es gab quasi bei diesem äh, Loot-Karten gab es, wenn man sie eingelöst hat damals auf verschiedenen Seiten Punkte und mit diesen Punkten konnte man anscheinend dann einen extra, äh, damals war es noch ein Trinket, also kein Toy da gab es noch keine Toys das war glaube ich ein Classic also über diese Punkte quasi dieses Trinket holen und, ja das gibt es leider schon lange nicht mehr dieses Punktesystem deswegen kann man dieses Ding auch nicht mehr bekommen und ich hoffe, dass Blizzard mal irgendwas macht dass man es über einen anderen Weg noch kriegen kann sonst wird mir immer ein Toy fehlen die anderen, die kann man sich, äh, alle noch aktiv kaufen die gibt es auf diversen Seiten bloß dieses eine, äh, Feuerwerk da wird es ein bisschen schwierig da muss ich mal gucken ja, gut das war es soweit mit dem Video schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja dann sehen wir uns wenn ich wieder was Neues habe euer Tela bis dann ciao